Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute beleuchten wir, sind unterm Himmel wirklich alle gleich? Über einen Unterschied zwischen Geldanlegern und Wohlstandsbildnern. Im Moment ist Winter hier in Deutschland. Für schön Wetterpiloten wie mich ist der Winter eine Zeit normalerweise ohne die Fliegeräten, bei Minusgraden, dick vermummt, mit eisigen Fingern, schlotternd im Wind ein Flugzeug checken, tanken, Öl messen, Luft in die Reifen pumpen, im Cockpit umeinander frieren bis endlich der Motor warm gelaufen ist. All das ist meine Sache nicht. Ja, ich gebe es zu, ich bin jetzt 50 und in dem Alter darf im Wort Komfortzone auch mal die Betonung auf Komfort liegen. Aber es gibt Ausnahmen, was die Komfort-Fliegerpause betrifft und die gibt es eben auch nur im Winter. So wie kürzlich. Strahlend blauer Himmel, keine Wolken, Sonne satt mit schon erstaunlicher Wärmungskraft, null Wind, über 200 Kilometer Sicht. Und das Beste, weil 90 Prozent der Piloten wie ich verweichlichte Warmduscher sind, wenn es um Fliegen im Winter geht, ist Ruhe am Himmel und im Funk. Alles ideale Voraussetzungen für einen entspannten Flug. Wohin? Ja, ins Gebirge natürlich. Denn das ist das besonders reizvolle in hoher Luftdichte, um die von Schnee und glitzendem Eis überzogenen Gipfel zu kurven. Also ab übers Allgäu in die Alpen, natürlich vorgepflegt und schön langsam auf Augenhöhe am Schloss Neuschwanstein vorbeibrumm und, so der Plan zumindest, nach dem Gebirgsflug zum Mittagessen und Kaffee nach Hohenemsdornbirn nahe Bregenz. Warum ich das so ausführlich erzähle? Na klar, um ein bisschen anzugeben. Na bitte, kein Pilot tut sich die Pflichten und Mühen an, die mit der Fliegerei verbunden sind, wenn er nicht ein bisschen angeben kann und stolz sein kann auf das Stückchen Freiheit und Lebensqualität im Himmel. Komm, da soll mir doch auch kein Pilot was anderes erzählen. Ich will damit aber auch jeden inspirieren, das auch erleben zu wollen. Denn es geht doch im Leben letztlich nur darum, um unvergessliche Erlebnisse. Und das gehört eindeutig dazu. Doch ich ziele auf was ganz anderes ab. Mein fliegerischer Plan ist ja auch schön aufgegangen. Bis aufs Mittagessen. Denn der komplette Bodensee bis hinein nach Vorarlberg war überdeckt von einer geschlossenen, flauschigen Wolkendecke. Und da ist dann eine Landung für Sichtflieger unmöglich, weil wir nicht durch Wolken fliegen, wenn uns unser Leben lieb und teuer ist. Also ab zu einem anderen Flugplatz. Schon am besten in der Nähe der Heimat. Allerdings mit gehörigem Druck auf der Blase nach zwei Stunden Gebirgsflug, den ein das Flugzeug steuernde Pilot nicht so leicht los wird. Rechts anhalten und aufs Klo geht nun mal nicht. Also was tun? Ich habe nämlich schon mit Flieger im Cockpit sitzen gehabt, bei der Umkreisung des Matterhorns damals in der Schweiz, ohne jede Möglichkeit dort zu landen. Die haben ihre Plastik, beziehungsweise der auf dem Nebensitz, der hat seine Plastiktrinkflasche zwischen die Beine geklemmt, womit die flüssige Notdurft auf dem Sitz neben mir zur Hälfte daneben ging. Das sind dann die weniger schönen, aber lehrreichen Erlebnisse in der Fliegerei. Da zwicke ich also selbst mal lieber zusammen. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht Thema des Gesprächs. Vielleicht wollte ich nur die Angeberei von eben etwas abmildern. Zurück zur Wolkendecke über dem Bodensee. Und mit der nähern wir uns jetzt endlich dem Wohlstandsbildner-Thema. Wer im Flugzeug sitzt, oberhalb dieser Decke, hat einen zauberhaften, unvergesslichen Blick auf Wolken. Die wie aneinandergeklebte, Marshmallows, putzig, blutrig, plauschig, pittoresk vor sich hin wabern, um auch mal ein paar P-Wörter aus meinem reich gefüllten Adjektivschrank geholt zu haben. Was man da oben aber so leicht vergisst, unter dieser Wolkendecke, also am Boden bei der Fußgängerperspektive, da ist es zur gleichen Zeit ja wie nasskalt, deprimierend grau und der normale Mensch da unten denkt sich, ja so ist jetzt eben das Leben und jeder andere hat dieses depressive Winterwetter auch zu ertragen. Und nun die Frage, ist dieses triste, graue, ungemütliche Dasein am Boden wirklich ein für alle gleiches Schicksal? Gleichermaßen für arm und reich? Natürlich, die Bedingungen sind für alle gleich. Es gibt aber einen bedeutenden Unterschied. Menschen ohne Vermögen, die abhängig sind vom Hamsterrad eines Jobs, müssen jetzt nicht nur exorbitant steigende Benzin-, Gas-, Strom- und Nahrungsmittelpreise aushalten, sondern zum Beispiel auch diese Wetterbedingungen. Anders bei Menschen mit Vermögen und einem beruhigend dicken Liquiditätspolster. Die ärgern sich vielleicht auch überall seit steigende Preise, aber nicht zu lang und bezahlen sie halt. Die haben auch ihre Hamsterräder namens alltägliche Verpflichtungen. Aber es sind eben freiwillige Verpflichtungen, vor denen sie flüchten könnten, ohne existenzielle finanzielle Einbußen. Und müssen Vermögende das nasskalte, grau-depressive Wetter ertragen? Ja natürlich, aber ein Gedanke, die Vorstellung eines Szenarios macht das schlechte Wetter gleich viel erträglicher für solche Leute. Sie erinnern sich, dass immer auch eine Welt, über den Wolken existiert, genau zur gleichen Zeit. Und sie könnten, wenn sie Lust hätten, in diese Welt wechseln. Ja, muss ja jetzt nicht mit dem Flugzeug sein und über den Wolken, Hauptsache Sonne, mit dem Auto ist man in vier Stunden auch in Südtirol oder im Tessin. Doch zwischen abhängig und frei, zwischen arm und vermögend, zwischen Geldanleger und Wohlstandsbildner, da ist das immer Entscheidende, die Wahl zu haben. Wahlmöglichkeiten zu haben, Lebensalternativen zu haben, immer, ob werktags oder am Wochenende. Und das nicht als unerreichbare Fantasie, sondern als Szenario, das immer greifbar wäre, das du verwirklichen könntest, wenn du denn wolltest. Und jeder kann sich vorstellen, eine Alternative, die man wirklich hat, fühlt sich im Körper und in der Vorstellung ganz anders an als eine Alternative, von der man nur träumt. Für die Lebensqualität spielt es da keine Rolle, ob man Wohlstandsbildner diese Alternativkarte zieht oder nicht. Meistens, sind wir doch ehrlich, wird er es eh sein lassen und macht halt sein Geschäft und seine Termine weiter, wie jeder andere auch. Und sitzt halt dann nachmittags vielleicht gemütlich ins Kaffeehaus bei so tristem Wetter, da macht es ja besonders Spaß. Es geht nur um dieses Gefühl der Selbstermächtigung, um dieses Gefühl zu können, wenn man wollte. Wählen zu können als Gefühl der Freiheit. Wer jetzt denkt, ja der Ocker, der kann da daherreden, sowas Versnobtes und Arrogantes, der mit seinem Flugzeug, dem will ich seine Perspektive jetzt gar nicht nehmen. Nur meine dazulegen dürfen mit drei Punkten. Erstens, finanzielles Niveau sieht von unten leicht aus wie Snobismus und Arroganz. Man kann auf dieses Niveau beharren und sich ärgern über die anderen, wo wir doch wissen, dass da meist nur der Wunsch dahinter steckt, auch mit mehr Wahlmöglichkeiten durchs Leben gehen zu können. Oder es käme ein Perspektivwechsel in Frage. Und zwar nur mit einer Frage. Wie komme ich auch dorthin? Und genau diese Initiationsfrage haben irgendwann alle Vermögenden gehabt, die sich ihr Vermögen selbst aufgebaut haben. Zweitens, über den Wolken zu fliegen oder jederzeit in die Sonne fahren zu können, ja das waren jetzt nur plakative Beispiele. Wohlstandsbildner haben genauso viele Probleme wie Geldanleger, nur keine finanziellen. Und damit können sie sich einfach anderen Problemen zuwenden, die vielleicht, ja vielleicht interessanter sind oder zumindest tiefere Schichten unseres Bewusstseins berühren, als immer nur diese materielle Ebene. Aber das hat ja schon ein ehemaliger Hamsterrad-Podcast zum Thema. Und drittens, und das ist die Message, der stiftende Gedanke meines Redens und meines Tuns. Ein finanziell hohes Niveau, Wohlstandsbildung, Fülle, Fülle, die nie weniger wird. Das ist für jeden in unserer Gesellschaft erreichbar, wenn er den Wunsch danach hat und sich wirklich entscheidet, den Weg dort hinanzutreten. Ja, würde ich nur etwas erzählen, was nur einer scheinbaren Elite von reich Gebrochenen möglich wäre beim Himmel. Ja, das wäre nicht nur versnobbt, sondern psychosozial bedenklich. Das, ja sowas überlassen wir mal lieber so Leuten wie Donald Trump, der wahrscheinlich ohne seinem ererbten Reichtum völlig unbekannt und verarmt wäre und wahrscheinlich noch mehr Prozesse am Hals hätte, als heute ohnehin schon. Nein, ich rede nur von der zweiten von vier Stufen der finanziellen Entspannung, von der Stufe der wirtschaftlichen Absicherung. Und die ist jedem zugänglich, wenn er nicht erst als Rentner mit 80 mit Wohlstandsbildung beginnt. Okay. Es beginnt immer mit der Frage, wie komme ich dorthin? Und dann könnte eine zweite Frage sein, wie sind denn andere dorthin gekommen? Und die dritte ergibt sich fast von selbst, nämlich wäre es mir möglich, es genauso zu machen. Fazit. Geld macht nicht glücklich. Das ist ein alter Kalauer. Und Geld macht deshalb nicht glücklich, weil das gar nicht der Zweck des Tauschmittels Geld sein kann. Geld kann den Weg zum Glück ebnen, wenn man mit ihm Wahlmöglichkeiten eintauschen kann. Und die können sehr wohl glücklich machen, weil sie eines unserer tiefsten Grundbedürfnisse berühren. Das Bedürfnis nach Autonomie und nach der Freiheit, das eigene Leben gestalten zu können. Nun, ein Blick hoch in den Wolken verhangenen Himmel, gerade im Winter, genügt zuweilen, um diesem Bedürfnis mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Und um damit schon wieder ein bisschen Wohlstandsbildung zu praktizieren. Für ein Leben in Fülle, euer Andreas.